Die Katalog Nummer 9, ein Nachkomme des Diamond Hit aus Floristan, Damenstolzmutter, Züchter hier, Dr. Karl Frithon, Aussteller Antonius Schulze-Avadik. Unheimlich viel Grundqualität, dieser vierjährige Wallach, wirklich mit tollen Grundgangarten ausgestattet, in Ruhe gereift, gar nicht so früh angeritten. Er ist im Herbst dreijährig unter den Sattel gekommen, hat er bereits erfolgreich die Saison 2017 eröffnen können. Gerade erst vierjährig bereits Dressurpferdeprüfungen der Klasse A gewonnen und das auch mit weiteren Schleifen bestätigt. Körperlich vielleicht noch nicht ganz ausgereift, noch so ein klein wenig eckig wird er da noch reinwachsen, aber mit toller Grundmechanik ausgestattet. Ganz fleißig im Hinterbein, spitzen Galopp, wirklich jeder Tritt, jeder Sprung aus dem Hinterbein unter den Schwerpunkt, ausbalanciert. Spitzen Charaktereigenschaften, sehen hier, konzentriert auf das, was der Reiter möchte. Jawohl, ein Galoppsprung, wieder andere, deutlich im Bergauf. Sehr schön habt ihr das so, ganz gleichmäßig schon in der Anlehnung für ein so doch noch sehr junges Pferd. Genau, und der Linkskalopp. Ebenfalls mit großem Galopp, Diamond Hit, ja einer der ganz bewährten Väter im Dressursport. Und mütterlicherseits hier dann hochinteressant angepaart mit dem Rittigkeitsvererber, direkt Florestanblut. Bringt ihr alles mit, was ein Dressurpferd braucht. Genau, ruhig nochmal die nächste lange Seite, etwas deutlicher nach vorne. Immer schön im Bergauf, in den Ecken, in den Wendungen, hinten geschlossen. Jawohl, gut so. Dann kommst du zum Trab. Ab, genau, und im Leichttraben noch ein paar Mal die Dritte etwas vergrößern. Schöner Fußungsbogen, schön modernes Traben über das Karpalgelenk. Jawohl, gut. Ruhig noch einmal die Hand wechseln. Schöne Grundmechanik, modernes Traben, das, was heute gesucht wird. Genau, auch kurz einmal Gerte angelegt. Er reagiert sofort, er reagiert richtig, er schiebt das Hinterbein unter den Körper. So soll das sein. Einmal noch für die Kamera, an der langen Seite. Genau, ganz klar im Takt, lob ihn, bleib auf dem Zirkel. Und dann zeigst du uns den Schritt. Und auch hier können Höchstnoten verteilt werden. Vielen Dank, Katalog Nummer 9, Da Vinci mit Ines Knoll. Und zwei weitere Dressurtalente kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.